Frau Thun, Herr Professor Gebhardt, Sie sind Autoren des Buches 3D-Drucken, das jetzt soeben in der zweiten Auflage erschienen ist. Aber Herr Professor Gebhardt, Sie haben bereits ein umfassendes Fachbuch zum Thema additive Fertigungsverfahren geschrieben und veröffentlicht. Wozu gibt es dann jetzt noch ein Extrabuch zum 3D-Drucken? Sie haben es gerade gesagt, umfangreich. Das Buch hat mittlerweile über 700 Seiten. Davon sind eine ganze Reihe Seiten, technische Daten, Hintergrundinformationen, alles Dinge, die beim ersten Beschäftigen mit dem Thema den Leser nicht so sehr interessieren, die aber für das Tiefe beschäftigen mit dem Thema natürlich wichtig sind. Das heißt also, es kam der Wunsch, das Buch kompakter zu machen, übersichtlicher für den schnellen Einstieg und natürlich auch zu aktualisieren. Könnte man sagen, dass das hier vorliegende Buch so eine Art Basiswissen vermittelt, während das andere Buch additive Fertigungsverfahren ein umfassendes Nachschlagewerk ist? Das kann man so sagen, aber es ist eben nicht als Nachschlagewerk aufgebaut, sondern tatsächlich so konzipiert, dass es einen tiefen Einblick in diese Technologie der additiven Fertigungsverfahren bringt. Aber es hat eben auch Informationen, zum Beispiel über die Firmen, die die Verfahren herstellen. Es wird ein Gutstück auch die Geschichte der Verfahren nachgezeichnet, ist also umfassender. Das hier jetzt vorliegende 3D-Druckenbuch konzentriert sich eben mehr auf den praktischen Umgang mit den Themen. Frau Thurn, das Buch trägt ja den Untertitel Grundlagen und Anwendungen des Additive Manufacturing. Wie ist denn die Gewichtung zwischen den Anwendungen und den Grundlagen? Also das Buch richtet sich an Praktika, deswegen ist der Praxisanteil sehr hoch. Und über Anwendungen zu diskutieren, dafür braucht man natürlich auch die Grundlagen. Dementsprechend, die ersten drei Kapitel befassen sich mit den Grundlagen, mit den unterschiedlichen Verfahren. Und dann geht es in Kapitel 4 um Anwendungen und danach folgen die Strategien. Und es werden Materialien diskutiert und die Perspektiven der 3D-Drucktechnologie aufgezeichnet. Wie schwer ist es, ein Buch über einen Themenbereich zu schreiben, der sich so schnell verändert und das mit so einer ungeheuren Dynamik? Es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Sobald man das erste Kapitel fertig hat, könnte man fast schon wieder neu anfangen. Neue Materialien werden entwickelt, neue Maschinen kommen auf den Markt. Das ist eine sehr schnell wachsende Technologie. Also es macht Spaß, aber man muss natürlich am Ball bleiben. Und umso wichtiger ist auch, dass man die Auflagen immer wieder neu aktualisiert. Herr Professor, was hat sich denn gegenüber der ersten Auflage alles verändert bei diesem Buch? Also gerade bei diesem Buch hat sich alles verändert. Es steht ja groß drauf, dass es jetzt in Farbe ist. Was ich für ganz wichtig halte, weil wir eben auch neue Maschinen auf dem Markt haben, die jetzt farbige Bauteile drucken können. Und das macht natürlich keinen Sinn, die dann in Schwarz-Weiß abzubilden. Es hat sich aber auch verändert, dass die Mannigfaltigkeit, die ständig zunimmt, jetzt im Buch deutlicher zu sehen ist. Es gibt neue Verfahren, neue Maschinen, neue Details, die dann auch für Spezialanwendungen durch sehr schöne Bilder dem Leser zugänglich gemacht werden. Frau Thorn, welche Rolle spielt denn der Praxisbezug in Ihrem Buch? Wir sind ja hier im FED-Bus. Der hat ja auch was mit dem Thema 3D-Drucken zu tun. Man sieht auch, dass hier sehr viel gedruckt wird. Deswegen nochmal die Frage, welche Rolle hat der Praxisbezug? Ja, das Buch lebt von dem Praxisanteil. Es ist aus der Praxis entstanden. Deswegen spielt der Praxisbezug eine bedeutende Rolle für das Buch zum Bus. Vielleicht kann ich ein paar Worte dazu sagen. Das ist Wolfgang, unser mobiles 3D-Druckerlabor. Wolfgang kommt daher an der Fachhochschule Aachen, arbeiten wir in der Forschergruppe, die sich Goethe-Lab for Additive Manufacturing nennt. Also ist ganz klar, dass unser erster Bus Wolfgang heißt, der zweite dann vielleicht Johann. Schauen wir mal. Und ja, es ist ein alter Berliner Doppeldeckerbus, den wir umgebaut haben. Seit anderthalb Jahren fährt Wolfgang durch Deutschland, Belgien und Holland und verbreitet die Technologie des 3D-Druckens. Und wir führen Schulungen durch in Schulen, an Universitäten, aber auch zunehmend an Unternehmen. Wir besuchen Messen und wir nutzen Wolfgang als Instrument, um die Technologie zu verbreiten und möglichst vielen Interessierten die Vor- und Nachteile und auch die Chancen und Möglichkeiten vom Additive Manufacturing zu zeigen. Herr Professor, noch eine letzte Frage. Am Ende jedes Kapitels dieses Buch 3D-Drucken findet der Leser Verständnis und Kontrollfragen zu jedem Kapitel und zum Inhalt. Ist das schon ein Hinweis darauf, dass dieses Buch vor allem in der Lehre eingesetzt werden sollte? Sicherlich ist eine Motivation, dieses Buch zu schreiben gewesen, es in der Lehre als Textbook, als Skript zu haben. Aber auch in der allgemeinen Ausbildung für Firmen, Verbände und auf Messen, sodass die Leute dann was mitnehmen können, dass sie quasi ein Skript haben. Aber wir beobachten in der ganzen Additive Manufacturing-Industrie und in der ganzen Szene eine wahre Explosion von Begrifflichkeiten. Und das Buch soll auch dazu beitragen, diese Begrifflichkeiten richtig oder auch im vereinbarten Sinne zu gebrauchen. Und durch die Kontrollfragen wollen wir dann auch dem Leser die Möglichkeit geben, für sich selber und nachzuprüfen, ob er das auch so verstanden hat, wie die Autorinnen und der Autor das gerne gesehen hätten oder mitteilen wollten. Also es ist auch eine Eigenkontrolle. Habe ich jetzt in dieses Gebiet Additive Manufacturing, da die Drucken eintauchen können oder ist das alles da an der Oberfläche geblieben? Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Danke schön. Danke schön. Untertitelung des ZDF, 2020